So... Weil ich genau die vier Minuten Tag offline war. Jo... Hey, das ist meine Schlucht! Haha, ne... Doch, da unten hängt mein Kopf irgendwo. Weiß! Dafür ist oben drauf überall meine Köpfe. Apropos Ton, da kann man eine Schmelze draus machen. Ja... Moment, irgendwo dahinten muss man drauf. Vielleicht magst du mal mitkommen und mir helfen? Na, ich... Ich bin selbst fast tot, ich kann ja nicht wirklich helfen. Okay. Oh. Nein. Scheiße. Was wollt ihr von mir? Oh, nice! Ein Rüstungsteil bekommen. Auch wenn es was kaputt ist. Nein, ich setze mir jetzt einen Zombie-Kopf auf. So... Ich fahr mal kurz in den Zoll, damit wir eine Schmelze bauen können. Ich fahr mal kurz in den Zoll, damit wir eine Schmelze bauen können. Ja, okay. Mhm. So, und ich sehe, dass ich meine Folge jetzt eigentlich beenden muss. Aber ich... Kann mal ein bisschen überziehen, weil ich jetzt mein Grab einfach haben brauch. Haben brauch, oder? Ne? Du weißt, du kannst ja verrechnen mit einer anderen Folge, oder wie weit das geht denn richtig ohne. Ja, eben. Mach ich einfach morgen eine kürzere, also... Ne? Das... Jetzt mach ich mir eine Holzspitzhacke. Und achte schon, ne? Ja, auch. Noch zweieinhalb Herzen. Irgendwo ist mein Grabstein, und ich weiß nicht wo. Doch immer perfekt, ne? Und hier bin ich oben. Ich gra... Ich würde sagen... Taktikänderung. Ich grabe mich jetzt einfach zu meinem Waypoint, wo ich gestorben bin, hin. Ich würde grad sagen, es war doch nicht nur ein Eisen, was ich in Erinnerung hatte. Du brauchst auch mal ein Eisen gespürt. Da ist mein Kopf. Ich ziehe dich. Äh... So, da unten. Ah ne, Helium ist doch drauf. 19 Meter. Der kam mit der erst alleine rum, oder wie? Ja, offensichtlich. Bei Youngen ist glaube ich Minecraft abgestürzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah. Okay, Aluminium. Das brauche ich dann erstmal für die schlechten Kabel, die ich mir dann erstmal machen werde. Aluminiumkabel war besser als Kupferkabel, ne? Äh, naja, vor allem die Kupferkabel sind halt nicht für RF. Ja. Man kann das umarbeitet mit RF. Äh, Aluminiumkabel, ich glaube, weil IC2 kann sogar keine mit Aluminium herstellen. Ja. Glaube ich schon. Da gab es Aluminium, ja. Echt? Ich dachte nicht, weil ich dachte, man kann das nur mit Zinn, Kupfer, Gold, Eisen... Kann auch sein, dass Zinn war für Silber. Kann sein, vielleicht. Ja. So. Müsste ich gleich hier irgendwo landen. So ein zweieinhalb Herzen bei meinem Grabstein. Ich höre schon wieder ein Zombie. Perfekt. Oder? Äh. Ach, das Schamme. So. Hm? Okay, und jemand hat mich auf. Der ist angeschrieben. Bei mir ist die Aufnahme am Arsch. Also, abgestürzt. Da ist mein Grab, ich sehe mein Grab. Okay. Ja, der... Und wir hatten ja Ausnahme oder sowas Rüstung. Oh, schön Tafirer hier gefunden. Nein! Ach. Erarschen. Okay. Ich überziehe jetzt fünf Minuten, aber das ist mir wurscht. Ich gehe jetzt nach da unten und hole mir mein Grab. Zinn. Darf ich mir deine Steinspitzhacke klauen aus deiner Kiste? Eigentlich brauche ich die gerade selbst. Okay. Mach es einfach, ich habe genug Holz und Stein. Okay, weil ich habe nämlich gerade gar nichts und ich brauche irgendwas zum draufhauen. Und zum Abbauen. So, wo geht's nicht? Oh, da. Ah, da bin ich schon. Gut. Oh, da habe ich mich hingekommen. Ich gehe über Eisen wegen, oder? Eisen. Äh, eigentlich darfst du gar nicht mehr aufnehmen, ne? Hä? Er. Nicht du, nicht du, sondern er schreibt, wie lange darf ich noch aufnehmen. Ähm, er darf pro Folge, darf er 20 Minuten, er kann ja mehrere Folgen mehrere machen. Ja, stimmt, er kann dann einfach einen Cut setzen. Äh, deswegen. Nicht echt jetzt. Okay. Ich glaube, ich beende die Folge hier. Und mach das einfach in der nächsten Folge, mir ist das zu doof. Ähm. Ja. Ich würde sagen, ich verabschiede mich hiermit von der ersten Folge. Ja. Und sage, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So. So. Und dann nehme ich jetzt einfach noch eine, kurz da, einfach auf, ne? So. So. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zur zweiten Folge Minecraft Bebo Together. Und zwar mit dem Let's Play Bar wieder. Hallo. Der streamt immer noch. Genau. Und ich bin immer noch in derselben Folge, also beziehungsweise in derselben Aufnahmesession, aber in der nächsten Folge. So. Ich muss jetzt, ja, mal nach da unten. Und... So. Wow. einen Generator. Gibt hier einfach mal einen Generator. Ich glaube, da hatte ich sie gesehen gehabt. Ja, Windgenerator. Genau. So. Da brauchst du halt einmal, äh, das Dings, was du mit dem Osmium in dem Metallurgic Infuser herstellst. äh, den, des Circuit Dings. So. Ich spiele jetzt hier einfach nur noch und spamm. Einmal Osmium. Einmal Osmium. Einmal Osmium. Dann hier Eisen. Davon brauchen wir Eisen. Dann brauchst du noch so... Du brauchst diese Energy Tablets, ne? Ja, und die Energy Tablets. Guck ich gerade, was die noch mal waren. Da brauchst du, äh, du brauchst glaube ich für einen Windgenerator 6 Gold. Ähm. Ja, 6 Gold. Ähm. Und... 5 Eisen. Und 3 Osmium. Genau. Ich zeig, ich muss noch Goldfarmen gehen runter wieder. So, jetzt... Ah, Gott. Äh, hier werden sie mal mehr. Hilfe. Kann sie mehr... Äh, nein. Machen wir jetzt einfach noch mal ein Schwert. Jetzt dann noch mal ein bisschen Equip runter. Ah, hier ist immer noch... Ich hab nur 2 Hungerkeulen und 2 Herzen, ja? Ja. Ich stehe mit eigentlich mit übelstwertvollen Sachen auf Tour. Das ist ja Saphir, gut. Ja. 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 Ja, das ist ja gut. Ja. Ja. Meine Eisenspitzhacke ist kaputt. Meine erste Eisenspitzhacke gibt's nicht mehr. Aber hier sind noch mehr Saphirer. Die brauche ich. Daraus machen wir jetzt nach und nach eine volle Rüstung. Rest in Peace Eisenspitzhacke. Jep. Du wirst jetzt abgelöst von der Saphirer. Spitzhacke ist eh besser. Genau. So sieht's aus. Habe ich schon mal gesagt, dass wir dringend ein Bett haben sollten? Dass wir zwei Betten haben? Äh, das ist eine... Das hast du bereits schon mal gesagt. Ich mach mir jetzt mal eine Holzschere. Und eine Holzhose. Macht einen... Äh... Protection-Balken, ne? Die Holzhose. Bringts voll, ne? Ja. Hm? Mach ich diese Folge einfach... Äh... Sieben Minuten kurzer und süßer, glaub ich, machen. Äh... Oh oh, kein Hunger mehr. Und ich bin in Monza schlacht. Zum Glück hab ich Monza noch gekillt. Okay, leck. Helm. Schuhe. Nein. Ich hab nichts mal. Zum Schlagen. Geil, die Spinne tropft einfach mal Faden, obwohl sie noch nicht tot ist. Ja, gut. Gut. Sie dürft jetzt weit genug weg sein. Wo ist der Metroid da? Meteoriii... Er schwindet. Aber kein Schwert, ich muss mich mit der Axt verhauen. Und meine Axt ist gleich kaputt. Ja, ich hab jetzt drei Rüstungsbalken. So, dann geh ich jetzt mal ganz kurz Schafe scheren. Und... Seht irgendwo Schafe... Da hinten im Wald sind Schafe. Wo ist das überhaupt schon normal? Ich war einfach nicht so schlau. Egal. Hier sind ganz viele Schafe. Ja. Und ich bin hier grad in der Spawnfalle von Skeletten reingefallen. Okay. Ich hab genug für zwei Betten. Gut. Bei mir ist genug Holz für zwei Betten. Super. Wo bist du? Weil bist du... Wo? Ich bin grad unten in der Hülle und kämpfe gegen ein Skelett. Okay. Halbes Herz. Er gewinnt. Glätt. Oder Let's Playbar mit nur halbem Herz. Ich tippe auf mich. Es ist glätt. Ziemlich leichter Gegner. Unabogen. Okay. Der Creeper hat bei dir zum Glück nichts weggesprengt. Also, hat nur Erde weggesprengt. Deine Kisten und Maschinen und so weiter stehen noch. So. Alles klar. Gut. Also. Oh, ich bin grad halbwegs safe. Im Gegensatz zu mir. Na, ich hab ein halbes Herz nur, ne? Also, so viel zu halbwegs safe. Haha. Ja. Du saver halt als vorher. Hey, ich leg mich jetzt erstmal schlafen. Was passiert? Ich leg mich schlafen. 1 von 4. 25%. Okay. Ich komm hoch. Oh, so ein scheiß Erdbrücke. Und gleich zwei hintereinander. Ach du Scheiße. Der hat ne. Einfach mal eine. Lowstone Rüstung. Hilfe. Ich bin gleich oben. Ich bin schon auf. Ja, ich bin unter meiner Kiste. Hilfe. Wettet nie. Boah, hast du die Bettlinge gestellt? Ganz oben auf deine Meteoriten.